Am Montag wird es ernst für Angelique Kerber. Die Kiel-Aren greift bei den WTA Finals ins Geschehen ein und trifft zum Auftakt auf Kiki Bertens, Niederlande. In der Premier League möchte der FC Arsenal seine Siegesserie ausbauen. Am Abend hat Louis Hamilton beim USAGP den vorzeitigen Gewinn des WM-Titels verpasst. Jonas Hoffmann befeuert mit einem Dreierpack die Gladbacher Titelträume. Das ist passiert Bundesliga. Dreierpacker Hoffmann lässt Gladbach träumen Borussia Mönchengladbach legt nach dem Sieg beim FC Bayern nach und erobert Rang 2. Jonas Rufmann überragt beim Offensivfeuerwerk gegen den FSV Mainz 05. Zum Bericht BBL FC Bayern siegt dank Williams-Gala, Sorge um Barthelder FC Bayern Basketball schlägt die Telekom-Basketsbon dank einer Gala von Derrick Williams bei seinem BBL-Debüt. Danilo Bartel verletzt sich. Zum Bericht Formel 1 Hamilton verpasst vorzeitigen Titel trotz Vettel-Kollision. Louis Hamilton muss die WM-Party verschieben. In Osten schnappt sich Ferrari-Pilot Kimi Rieckönen den Sieg. Max Verstappen glänzt. Vettel patzt einmal mehr. Zum Bericht NFL, Bradys Patriots gewinnen Spektakel. Die New England Patriots jubeln nach einem wilden Spiel in Chicago. Die Panthers feiern ein Mega-Comeback. Eine Security-Dame muss leiden. Zum Bericht rief Brieselt von Rekord zu Rekord beim dramatischen 24.23-Komme-Bug-Sieg gegen die Baltimore Ravens gelingt dem New Orleans Quarterback der 500. Touchdown-Pass seiner Karriere. Zum Bericht NBA. Dennis Schröders Fehlstart mit OKC Perfekt. Die Oklahoma City Thunder haben die nächste Pleite in der NBA kassiert. Das Team um Dennis Schröder verlor auch das dritte Saisonspiel gegen die Sacramento Kings mit 120 zu 131. Superstar Russell Westbrook feierte nach langer Verletzungspause zwar sein Comeback und überzeugte mit einer starken Performance, konnte die dritte Niederlage im dritten Spiel aber nicht verhindern. Zum Bericht. Die Denver Nuggets schlagen die Golden State Warriors in einem Park in den Krimi 100 zu 98. Zum Bericht. Das passiert heute WTA Finals. Kerber vor schwieriger Aufgabe Angelique Kerber hofft bei den WTA Finals auf den perfekten Saisonabschluss. Im Gruppenspiel muss die Deutsche gegen Kiki Bertens ran. Tennis Angelique Kerber, Kiki Bertens ab 14.45 Uhr im Live-Dicker. Kerbers weitere GegnerInnen, Naomi Osaka und Sloane Stephens kämpfen ebenfalls am Montag gegeneinander. Tennis, Naomi Osaka, Sloane Stephens ab 13.30 Uhr im Live-Dicker. Das Turnier in Singapur ist nach den vier Ganslams das wichtigste Turnier des Jahres, an dem nur die in diesem Jahr acht besten Tennis-SpielerInnen der Welt teilnehmen dürfen. Premier League Arsenal will Siegesserie ausbauender FC Arsenal will im Heimspiel gegen Leicester City den zehnten Sieg in Folge feiern. Premier League Arsenal FC, Leicester City ab 21 Uhr im Live-Dicker. Diese Serie hat die Londoner in der Premier League auf Platz 5 gebracht. Der Abstand auf die Spitzenteams Liverpool und Manchester City beträgt nur 5 Punkte. Nach dem überzeugenden 5-1-Sieg gegen Fulham gehen die Gunners selbstbewusst in die Partie 2. Bundesliga, Sankt. Pauli will auf Erfolgskurs bleiben, der FC Sankt. Pauli will im Zweiliga-Duell beim MSV Duisburg seine Erfolgsserie ausbauen, 2. Bundesliga-MSV Duisburg FC Sankt. Pauli ab 20.30 Uhr im Live-Dicker. Nach drei Niederlagen in Folge blieben die Hamburger in den vergangenen vier Spielen ungeschlagen. Drei Siege und ein Römi stehen zu Buche. Duisburg überraschte am letzten Spieltag mit einem 2-1-Auswärts-Sieg bei Tabellenführer 1. FC Köln. Die Zebras sind derzeit 17. In der Tabelle, das sollten Sie sehen, Gual. Das internationale Fußballmagazin Gual. Das internationale Fußballmagazin gibt es ab 19 Uhr im TV und Stream die Highlights aus Italien, Frankreich und Spanien zu sehen. In einer Highlight-Sendung werden die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus der italienischen Serie A und der französischen Liga einer präsentiert. Zudem wird eine Zusammenfassung des Top-Spiels der Primera-Division gezeigt. Die Premier League Highlights auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend ab 19.30 Uhr im TV und Stream wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Neben den zahlreichen internationalen Superstars wie Kevin De Bruyne, Mohamed Selle oder Harry Kane stehen natürlich auch die deutschen Kicker wie Leroy Sane und Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger oder Arsenal Neuzugang Bernd Leno im Fokus. Auch auf der Trainerbank sind mit Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder José Mourinho weiterhin große Namen in der englischen Liga vertreten. Das Video-Schmankerl mit einem Traumtor bringt André Schölle die Londoner in Führung. Aber dann dreht Kadiff auf. Bis zum nächsten Mal.